eigentlich war ja immer alles wald ich werde die hier so hinbauen die holzhütte gewinnung holzschuppen oder so sowas brauchst du alles dafür das könnte ich ja gleich alles hier vor ort machen ist jetzt echt mein hammer kaputt gegangen gut dass ich sowas noch habe hölzernahmer ganz fair eine steinachs nehme ich auch mal mit ein bisschen federn kann ich rein machen steinstock wollte ich ja jetzt das andere bauen den kleinen noch mal zäune das möbel hasenfalle aber der wohnte ganz schön weit weg der tüt der typi wenn er hier arbeiten soll ausrüst den hobby die stroh mitnehmen sollen aber stroh war doch irgendwo vorne ich habe ja eh noch kein arbeiter na egal ich ernte jetzt noch ein bisschen rundholz und dann wenn ich nachher wiederkomme bringe ich einfach stroh mit ernte ich jetzt nach hier hoch weil umkreis von 50 metern kann der holzfäller denn nur ich mache auch mal diese scheiß wegpunkt wieder weg wegpunkt entfernen könnte die natürlich hier die ganzen dings weg machen ganzen baumstämmer aber ich habe halt angst dass hier nachher keine bäume mehr sind sind da auch alles so eine klein bäume hier die anderen gehen wenigsten ab und an mal vier so gut ist das gebiet auch nicht ja das da drüben andere bäume die ganze insel will ich auch nicht leer räumen der wär mir fast auf den kopf gefallen ganz viel johannis kraut ich will erst mal so viereckig bauen aber ich kann auch nicht sehen ja Was wollten wir bauen? Häusern, Gewinnung. Nein, Jagd. Nein, Jagd baue ich auch hier hinter. Denn Nutzpflanzen, Scheune. Wo ist dein Lebensmittellager? Lebensmittellager. Hier, Ressourcenlager. Ja, Ressourcenlager ist das, glaube ich, was ich habe. Da Management. Gewinnung habe ich in Holz im Häuser, habe ich in etwas Hauskräften. Schmiede, Schmiede. Jetzt sind beide Schmieden. Ne, das ist aber falsch. Warum zählt das jetzt als Schmiede? Und das auch? Oh, wie reißt man das nochmal ab? Deswegen sieht das gleich aus. Okay. Warum zählt das jetzt als Schmiede? Was ist denn dann? Hä? Verstehe ich nicht. Was ist der Unterschied zwischen Werkstatt und Schmiede? Guck mal, die sieht ganz anders aus. Hä? Sag mal. Falsche Taste? Hä? Ich bin echt etwas verwirrt gerade. Weil die müssen das echt ein Patch gehabt haben. Das ist auch riesengroß. Ja, nee, ist klar, aber wow. Ähm. Ja. Okay. Wahnsinn. Äh. Stöcker. Transfer. Zu mir zurück ins Inventar. Dann die Holz auch, weil ich werde mal das Stroh noch holen. Was ich extra mitgebracht habe. Oh, ich weiß, dass ich überlastet bin. Es tut mir so leid. Mein Lieber. Jetzt müsste jedenfalls hier Management stehen. Werkstatt und Schmiede nicht gebaut. Ja. Zustand. Warum ist der Zustand schlecht? Muss ich die auch noch reparieren? Oder wie? Ich bin gerade echt verwirrt. Ähm. Ah, Reparatur. Ich muss definitiv, ähm, Strohfarm gehen. So, hier verbrauche ich ein Ding. Ich hoffe jetzt, das Stroh reicht noch für das Häuschen da hinten. Oh, dann habe ich mich echt verkalkuliert. Und, uh, natürlich nicht, äh, okay, gehe ich jetzt erst Strohfarm, nicht gehe Strohfarm, aber vorher esse ich was. Dann sind die auch weg. Oh, einer noch. Nicht, dass ich jetzt hier wieder so viel Baumarzt mit der, ach, nur Stöcker. Obwohl, nur Stöcker könnten wir auch. Äh, wie spät ist es denn? Karte. Acht Uhr. Äh, ich will nochmal nach... Gostovia. Ding meiner hübschen Frau da. Vielleicht sehe ich auch nebenbei ein Wildschwein oder ein... Hirsch. Irgendwie wollen die ja in letzter Zeit nicht mehr. Also, ich glaube, das Erste, was ich mir hole, ist ein scheiß Pferd, ey. Kein Schilf. Ah, doch. Oh nein, ey, hier war ich, glaube ich, schon Schilf ernten. Ach, hier ist nochmal. Oh man, ey, na, das wäre sonst... Wie viel habe ich? Siebzen, na, damit komme ich auch nicht weit. Aber ich glaube, das ernte ich lieber jetzt auf dem Rückweg nochmal. Ja gut, hier ist gerade eine gute Stelle. So. Das ernte ich lieber jetzt auf dem Rückweg. Ein Wildschwein oder ein Hirsch. Aber ein Hirsch könnte ich mit der Axt umbringen. Ich werde mir auch mal einen Steinsperr bauen, glaube ich. Okay, hier ist ein Flüsschen. Ach, wahrscheinlich haben die jetzt Werkstatt und Schmiede getrennt. Jetzt kann man wahrscheinlich nicht mehr bei der Werkstatt die ganzen Waffen herstellen, sondern jetzt nur bei der Schmiede und bei der Werkstatt das jetzt für Möbel und so einen Schnickschnack bestimmt. Und da vorne ist eine Hirschkuh. Ob die zählt, wenn ich die Hirschkuh umbringe? Ich werde mal ein bisschen was essen. So. Boah, ähm. Axt. Das wird jetzt wieder eine Jagd vom Feinsten. Hey, dich habe ich gesucht. Oh nein. Nein. Scheiße, ich habe nicht gespeichert. Mano, verdammte Kacke. Oh, ich hasse es langsam. Oh Mann. Scheiße, gar nicht auf mein Leben geachtet. Stimmt, der Fuchs. Oh, ich habe die ganze Zeit auf Essen geguckt. Ich hasse es. Also, 48 Minuten umsonst. Yeah. Und weiter geht's. Ach Mann, echt. Es ist echt zum Kotzen hier. Na ja. Wenigstens baue ich denn jetzt das Haus nicht umsonst. Das eine habe ich ja vorhin umsonst gebaut und habe keine Ressourcen wieder gekriegt, weil ich es abgerissen habe. Aber jetzt muss ich nochmal da hin und die ganzen Häuser bauen. Mehr habe ich ja gar nicht gemacht. Nochmal den Kohl, glaube ich, anpflanzen. Ja, hier wäre jetzt schon ein Hirsch. Da war echt durch diesen Scheißfuchs mein Leben so weit runter. Oder ist es, weil ich nicht schlafen gegangen bin? Da muss ich mal jetzt drauf achten. Ich muss ja trotzdem noch diesen blöden Fuchs töten. Ich glaube, für Füchse töten und Wildschwein sogar. Also brauche ich jetzt gar nichts töten. Ich renne jetzt durch, weil Wildschwein muss sich auch so für die Hauptquest nachher töten. Gut, ich hätte jetzt nochmal testen können, ob ich mit der Uschi nochmal reden kann. Ich will ein Pferd. Wann kann ich denn ein Pferd haben? Management? Tiere? Nee, Technologie. Tiere. Stahl für Pferd ab 5.000 Punk... 5.000 Punkte! Ich hab grad mal 11! Juuu. 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 Oh, und dann ist der immer kaputt, ne? Das will ich auch machen, hier so ein Zaun bei mir. Huh? Aber irgendwie bin ich jetzt früher hier, könnte es sein? Ach, die ist hier gar nicht drin, ne? Wo bist du? Ich war doch letztes Mal hier mitten in der Nacht, ne? Ach, das ist die Neoshi. Ne, 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 dieses Mal zeigst du mir deine Ware, bevor du abhaust. Ungefähr 300, so ein verkackter Beutel, dass ich 6 Kilo mehr tragen kann. Einfach 15, 10, 6, 15, 10. Oh, ist doch nicht wahr, ne? Wofür ist das? Und ich habe das hier, einfache Tasche. Mhm. Eigentlich will ich dir was verkaufen, aber ich habe nichts mit, ne? Ich könnte ja mein ganzes Stöcker verkaufen. Wohl, ne. Fuck is it, Matilda. Ähm, wo ist die Oshii? Das ist die Gera, da war die Oshii, genau. Die mag es, wenn man von Jagd spricht. Die mag es, wenn man... Nicht von der Arbeit redet, das ist klar. Und hier kann ich erst recht... Ach. Hier ist ein Weg, du kleiner Schubser. Da, go! Bert, du gehst jetzt nicht ins Bett. Du bist der Falsche. Nein. Ach, da hinten sitzt du. Komm her. Ja, ich brauche hier nochmal Kohlsamen. Ich brauche nochmal Rote-Beete-Samen. So. Und dann baue ich mir mal ganz kurz, auf Wiedersehen, hier noch ein paar... Dinger. Weil, wenn ich jetzt attackiert werde, dann... habe ich nämlich ein paar in Reserve. Und dann kann ich ihnen den restlichen Kack hier verkaufen. Und zwar, meine Stöcker kann ich ihnen verkaufen. Da habe ich einfach mal ein bisschen Geld gemacht. Mein Pelz, nee, möchte ich nicht verkaufen. 0,1 ist auch ein Witz. Na ja. Ähm, meine Quest hat sich ja jetzt hier erledigt. So, wir markieren mein Zuhause. Äh, eigentlich markieren wir mal hier die Seite. Weil ich muss, äh, bringe ich gleich Stroh mit. Weil wir sind ja jetzt clever. Oder auch nicht. Ja, mal gucken. Oh, dieser Speer ist gleich kaputt, ne? Ich muss auch nicht direkt da lang rennen. Jagen muss ich auch erst mal ein bisschen lernen. Ich habe echt wenig gejagt diesmal. Obwohl ich eigentlich diesmal ganz schön viel gejagt habe. Hm. Ich werde jetzt hier echt viel Schilf definitiv mitnehmen. Weil wenn ich jetzt gleich nochmal die ganzen Häuser bauen will, brauche ich das ja alles. Und wir bauen, bauen. Machen wir mal Gas für das ganze Licht hier im Dunkeln. Machen wir mal Gas für das ganze Licht hier im Dunkeln. Ich kriege immer, ich kriege immer irgendwie was anderes, ja. Immer wenn ich gestorben bin, was jetzt schon das dritte Mal war, habe ich immer wieder anders gespielt. Komischerweise. Aber naja, ähm, sterben gehört halt dazu. Ich bleibe jetzt trotzdem nochmal die Nacht wach. Weil es einfach so ein Zeitverschwendung, ich habe noch keine Lust. Ich möchte eigentlich so gut es geht, ähm, die Hauptquests zumindest im, ähm, Sommer jetzt schaffen. Vielleicht ist eh nachher die nächste Quest Winter werden. Ein Herbst wird eh viel zu tun sein. Ich habe ganz viel Dinger, was nachher im Herbst angepflanzt werden muss. Ich ernte den Schirm. Ich mache das so gut. Ich muss erst mal gucken, wie viel Platz mein Inventar noch hergibt. Ich darf für's nicht überlastet werden. Dann ist alles gut und perfekt. Oh, fängt's an. Kann ich's denn noch rennen? Ich kann nicht mehr mehr rennen, ne? Echt nicht. Ähm, wie viel bin ich denn zu viel? 52. Gucken. Ja, perfekt. Ähm, ich markier mir das mal lieber sitz auf der Karte, wo ich hin muss. Ähm, 1111. Fähigkeiten. Jetzt habe ich hier noch so eine geilen Kenntnisse. Boah. Ähm, stark wie eine Arche. 10% mehr Gesundheit. Sollte ich mir überlegen. 10% langsamere Nahrung und Wasserverlust. Das finde ich jetzt auch nicht schlecht. 25% größere Alkoholresistenz. Hohe Resistenz. Wassertinsa. 10% schnellere Bewegung im Wasser. Äh, Widerstand gegen Vergiftung. Unempfindlich gegen Temperatur. Nee, stark wie eine Arche. Hm. Oder Nahrungs- und Wasserverlust. Oder Leben. Scheiße, ich gebe mir Leben. Ähm, ich möchte nicht noch mal noch mehr sterben. Ich weiß gar nicht, ob sie es hier so gemacht haben, dass man alles lernen kann. Sollte ich Coreybildmasch in. aun. Sollte ich mir. Sollte ich es wieder. Und wieder goal temperaturen. Wie wäre das erlebt? factors sein. Du bist das geschürt.